Das olympische Handball-Finale wurde für das deutsche Team zum Debakel. Doch bei der Siegerehrung war die Stimmung dann schon wieder deutlich besser, auch dank Youngster Renas Uchtschins. Da konnten die deutschen Handballer wieder lachen. Nach der bitteren, weil überdeutlichen Niederlage im olympischen Finale gegen Dänemark sorgte Renas Uchtschins mit seinem Fauxpas bei der Siegerehrung für große Belustigung. Nicht nur seine Teamkollegen konnten ihr Grinsen nicht zurückhalten. Auch Fecht-Olympiasiegerin Britta Heidemann, 41, die den Handballern bei der Siegerehrung die Medaillen überreichen durfte, war ziemlich amüsiert und einigermaßen fassungslos. Alfred Gislason über Youngster Uchtschins Auffällig bis zum Ende – der Grund Uchtschins tanzte beim Dresscode komplett aus der Reihe. Nach der herben Final-Niederlage gegen Weltmeister Dänemark, 26 zu 39, hielt sich das gesamte deutsche Nationalteam an die Kleiderordnung, offizieller Trainingsanzug, schwarzer Pullover mit dem Schriftzug, Germany. Nur Uchtschins, Spitzname Uschi, nahm die Silbermedaille im gelben T-Shirt entgegen und posierte so auch grinsend für das Mannschaftsfoto. Renas dachte, das sei optional, T-Shirt oder Pulli. Ihm wurde dann relativ schnell klar, dass das nicht optional war, sagte Teamkollege Kai Häfner schmunzelnd. Aber wenn einer aus der Gruppe rausstechen darf, dann war das Renas nach diesem Turnier. Uchtschins, so formulierte es Bundestrainer Alfred Gislason lachend, war auffällig bis zum Ende. Auch Uchtschins selbst grinste angesichts des Fehlgriffs, erst zurück in der Halle habe er die Farbkonstellation realisiert. Dann dachte ich, ja, Mist. Aber da war es schon zu spät. Er habe dadurch, farblich im Mittelpunkt, gestanden. Das mag ich eigentlich nicht. Aber die Bilder sind ja eine schöne Erinnerung. Der 22-Jährige war im Verlauf des Turniers wiederholt bester Werfer des deutschen Teams, besonders im Viertelfinalkrimi gegen Frankreich, 35 zu 34 N.V. War er nicht zu stoppen gewesen. Mit 14 Toren, davon vier in der Verlängerung, trug Uchtschins sein Team ins Halbfinale. Nach dem Endspiel wurde der Rückraumspieler dann auch ins Olympische All-Star-Team gewählt. Neben Spielmacher Juri Knorr ist er der einzige Deutsche in der Mannschaft des Turniers, die von Olympiasieger Dänemark geprägt wird.